Ihr könnt aber meine Videos sehen. Ich habe ja schon mal ein Video veröffentlicht. Allerdings war das die PC-Version. Also es geht darum, in Google die E-Mails zu löschen. Diesmal aber jetzt wegen vieler Anfragen die Handy-Version. Also geht mal als erstes auf alle E-Mails. Dann drückt ihr die erste E-Mail an. Wenn die angedrückt ist, dann kommt oben alles auswählen. Das ist so ein Kästchen links. Das drückt ihr dann an. Dann wählt ihr das alles aus und schon ist es gelöscht. So einfach ist das. Ihr könnt aber meine Videos sehen. Ich habe ja schon mal ein Video veröffentlicht. Allerdings war das die PC-Version. Also es geht darum, in Google die E-Mails zu löschen. Diesmal aber jetzt wegen vieler Anfragen die Handy-Version. Also geht mal als erstes auf alle E-Mails. Dann drückt ihr die erste E-Mail an. Wenn die angedrückt ist, dann kommt oben alles auswählen. Das ist so ein Kästchen links. Das drückt ihr dann an. Dann wählt ihr das alles aus und schon ist es gelöscht. So einfach ist das. Genaue Anleitung unten in der Beschreibung. Herzlichen Dank. Schönen Sonntag. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.